Wird niemand Ihnen glauben, wenn nicht, glaubt Ihnen Ihre Frau nicht. Und Sie werden Ihnen todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet Sie 100.000 Dollar. Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. und Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch wenn du keine Ahnung hast, wie das geht. Du schaffst. Immer wieder kriegst du mich rum. Wenn sie kla... Du schaffst.